Ich bin Anita Farke und spreche die Exotablog News. Schwerer Unfall mit Maiwagen-Anhänger in Südbaden, 30 Verletzte. Unfall mit Maibaum. Fahrzeug in Südbaden sorgt für 30 Verletzte. Bei einem schwerwiegenden Unfall in Südbaden, bei dem ein mit feiernden Personen besetzter Maiwagen involviert war, sind 30 Menschen verletzt worden. Dies wurde von Vertretern der örtlichen Polizeidienststelle und des Rettungsdienstes bestätigt. Hintergrund des Unfalls. Eine jährliche Tradition zu Beginn des Mais in vielen Regionen Deutschlands besteht darin, einen geschmückten Maibaum auf einen Anhänger zu laden und mit einer fröhlichen Menschenmenge durch die Straßen zu fahren. In diesem Jahr hat diese Aktivität in Südbaden jedoch zu einem tragischen Ausgang geführt. Am späten Nachmittag des 30. Aprils verlor der Fahrer des Maiwagens aus unbekannten Gründen die Kontrolle über das Fahrzeug, das mit über 30 Personen besetzt war. Der Anhänger kippte in einer Kurve um und die Menschen wurden aus dem Anhänger geschleudert. Rettungseinsatz und medizinische Versorgung. Die Rettungsdienste wurden sofort alarmiert und ein Großaufgebot an Notarztwagen und Polizei rückte an den Unfallort aus. Obwohl viele der Insassen unter Schock standen, konnten sie nach ambulanter Behandlung vor Ort entlassen werden. Zwölf Personen mussten jedoch mit teils schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert werden. Untersuchung des Unfalls. Die genauen Hintergründe des Unfalls sind derzeit Gegenstand von Untersuchungen. Der Fahrer des Maiwagen-Anhängers wird zur Stunde von der Polizei befragt. Bislang deuten erste Indizien auf einen technischen Defekt oder menschliches Versagen als mögliche Unfallursachen hin. Warnung und Appell. Die Polizei appellierte an die Öffentlichkeit, bei solchen Veranstaltungen Vorsicht walten zu lassen und sich an Sicherheitsmaßnahmen zu halten. Immer wieder komme es bei solchen Feierlichkeiten zu Unfällen. Oft fehle es an geeigneten Sicherheitsvorkehrungen oder der nötigen Sorgfalt im Umgang mit den Maiwagen. Wie traurig ein solcher Unfall enden kann, hat das tragische Ereignis in Südbaden gezeigt. Unsere Gedanken sind bei den Verletzten und ihren Angehörigen. Artikel von Anita Farke, Mittwoch, 1. Mai, 24. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.